So, kommt bitte auf euren Rücken. Und bring bitte die beiden Fußsohlen zueinander. Und ein paar Mal beginn eine Bewegung zu machen, als ob du aus deiner Mitte heraus, vom Becken initiiert, dein rechtes Knie nach rechts und ein bisschen unten in Richtung Boden bewegen wolltest. Genau, und denk in erster Linie jetzt an deinen Unterleib und vielleicht an dieses Video, das wir gerade eben gesehen haben. Und stell dir vor, welche der Münzen, die dort auf deinem Unterleib liegen, müsstest du jetzt nach vorne schieben, um dieses rechte Knie so ein bisschen in Richtung Boden sich bewegen zu lassen. Genau, und dann stell dir vor, du holst diese Münze wieder ein bisschen zurück mit deinem Bauch und auf diese Art und Weise holst du dein rechtes Knie wieder zurück, sodass es mehr in Richtung Zimmerdecke kommt. Genau, und spiel wirklich mit diesem Bild, dass du diesen Unterleib so detailliert ansprechen kannst, wie diese Dame gerade eben in dem Video, sodass du, das ist ein wunderbares Beispiel von Differenzierung, und wie differenziert sie sozusagen in diesen verschiedenen Muskelgruppen ansprechen konnte, um diese Münzen einzeln bewegen zu können. Welche Münze ist es genau, die du bewegen müsstest, damit es das rechte Knie diese Bewegung in Richtung Boden macht? Und dann kannst du dann umgekehrt diese Stelle wieder zurückziehen in deinen Bauch, einziehen, um das Knie wieder zurückzuholen. Und dann komm zurück zu deiner Mitte und probiere ein paar Mal das Gleiche mit dem linken Knie. Und beobachte, vielleicht entdeckt die ein oder andere von euch einen Unterschied in der Leichtigkeit der feinen Unterscheidung im Unterleib auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Dann komm zurück zur Mitte. Und stell dir jetzt vor, du wolltest mit so einer ähnlichen Bewegung deines Unterleibs, indem du dir vorstellst, die mittleren Münzen vielleicht so ein bisschen nach unten zu heben, dein Becken einfach gerade nach unten rollen lassen, um die beiden Hüftgelenke herum. Und von dort hol es wieder zurück, indem du den Unterleib so ein bisschen einziehst. Benutze wirklich diese Muskulatur ganz tief unten in deinem Unterleib, um diese Bewegung machen zu können. Und lass das sein und mach Pause. Danke. 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 beide Beine auf und hol dir in deine innere Vorstellung wieder dieses Zifferblatt, das hinter deinem Becken am Boden liegt, in den Vordergrund, die 12 ist nach unten zwischen deinen Beinen, die 6 nach oben in Richtung deines Kopfes, dann ist die 3 auf deiner rechten Seite, die 9 auf deiner linken Seite und ihr könnt euch daran erinnern, dass wir gestern mal mit diesem Bild gespielt haben, dass diese Ziffern auf dem Zifferblatt jeweils so leicht erhaben sind und die wie so ein kleiner Knopf sind, wenn du mit der Bewegung deines Beckens nach unten drücken kannst und wenn du das Becken wieder wegkommen lässt, springt dieser Knopf wieder zurück und ein paar Mal lass dein Becken sich von der Mitte aus Richtung 12 Uhr bewegen und drück diesen Knopf und komm dann wieder zurück und spür dabei, wie du dein Unterleib, deinen Bauch dazu aktivieren kannst. Also wenn wir dieses schöne Bild von diesen Münzen jetzt gerade nochmal nehmen, könntest du mit der Idee spielen, dass du das Becken dadurch bewegst, dass du sozusagen manche dieser Münzen ein bisschen anhebst und du holst das Becken zurück, indem du diese Münzen wieder ein bisschen zurückbringst. Und auf diese Art und Weise finde als nächstes ein Uhr, also gerade so ein bisschen rechts daneben und lass dein Becken in diese Richtung rollen, aber nicht indem du das Becken dort hinrollst, das wird entstehen dadurch, sondern indem du deine Unterleibsmuskulatur koordiniert benutzt, das Becken sozusagen dort ein bisschen hinschiebst und wieder zurückkommst. Und dann geh zu zwei. Wie kommst du zu drei? Wie zu vier? Fünf, sechs und so weiter. Geh durch alle diese Uhrzeiten nochmal hindurch, immer von der Mitte aus und finde heraus, wie kannst du die Muskulatur im Unterleib koordinieren, um das Becken einzuladen, diese Bewegungen zu machen. Dann lass es sein, mach Pause. Dann lass es sein, mach Pause. Noch einmal, bring bitte die Fußsohlen beider Füße zueinander. Und aus deiner Mitte heraus, mach wieder eine Bewegung, so als ob du dein rechtes Knie in Richtung Boden bewegen wolltest. Wenn du tatsächlich dein Knie in Richtung Boden bewegst, lass es dort liegen. Wenn das Knie nur so ein bisschen aus der Mitte herauskippt, dann ist das auch okay. Aber spür, dass du eindeutig dein Gewicht nach rechts in Richtung der rechten Gesäßhälfte verlagert hast. Das Gewicht, das Knie kann in Richtung Boden auf deiner rechten Seite liegen oder dort ein bisschen weiter unten sein. Und spür nochmal, wo jetzt dein Gewicht über dem rechten Sitzhöcker ist oder über der rechten Gesäßhälfte. Und beginn dann an dieser Stelle über diese rechte Gesäßhälfte eine Bewegung Richtung 6 Uhr und 12 Uhr zu machen. Nach oben und unten. Du holst praktisch nur über die rechte Seite deines Beckens. Nach unten und oben. Genau. Und mach eine kleine Bewegung. Ihr wollt wirklich herausfinden, wie ihr das zu einer ganz gleichmäßigen Bewegung werden lassen könnt. Du könntest theoretisch auch, wenn es eine Herausforderung ist mit den beiden Fußsohlen, natürlich beide Füße aufstellen und dann dein Gewicht mehr auf die rechte Gesäßhälfte bringen. Und von dort aus dann die 6-12 Uhr Richtung erkunden. Dann erkunde die 3-9-9-3 Richtung. Und dann mach einen kompletten Kreis nur über deine rechte Po-Backe. Dann mal in die eine Richtung. Ein paar Mal in diese Richtung. Und beobachte auch hier wieder. Das wird ein kleinerer Kreis sein wie das ganze Becken. Aber kannst du jede einzelne Stunde irgendwie identifizieren entlang dieses Kreises. Dann bist du bei der 12, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Bis du wieder bei der 12 landest. Und dann wechsel die Richtung. Und was passiert mit dem Kopf? Und was passiert mit dem Kopf? Und was passiert mit dem Kopf? Und dann setzt sich diese Verbindung bis nach oben zum Kopf vor. Und dann lasst es wieder sein. Mach Pause. Mach Pause. Mach 1 Mach zab Mach 2 9 10 komm bitte hoch ins Sitzen und stütz dich wieder auf den beiden Händen irgendwo hinter dir auf entweder bringe beide Fußsohlen zueinander und wenn das schwierig wäre, stell die beiden Beine irgendwo vor dir auf und lass dann dein rechtes Knie ein bisschen zur Seite hinauskippen sodass du spürst, dass dein Gewicht mehr auf deinen rechten Sitzwecker kommt und mach dann weiter hier, um diesen rechten Sitzwecker herum Kreise zu machen stell dir vor, du hättest ein Zifferblatt jetzt unter deinem Gesäß liegen aber die Mitte des Zifferplatzes ist jetzt dort, wo die rechte Seite deines Beckens in Kontakt mit dem Boden ist und beginne um diesen Punkt herum zu kreisen in die Uhrzeigerrichtung, in die Gegenuhrzeigerrichtung und finde heraus, gibt es hier jetzt irgendwelche Bereiche, wo der Kreis unklar wird und dann komm auf Ellbogen und Unterarme, bleib mit den Beinen in der gleichen Position und mach weiter mit diesem Kreis um die rechte Pobacke herum, um die rechte Gesäßhälfte herum und spüre jedes Mal, wenn du eine leicht andere Frage an die Koordination deiner Unterleibsmiskulatur gestellt Das macht der Kopf für eine Bewegung, wenn du dich um deine rechte Gesäßhälfte herumdrehst und dann lass das alles sein, roll dich auf deinen Rücken und mach Pause und dann lass das alles sein, roll dich auf deinem Gesäß und dann lass uns die Koordination deiner. Vielen Dank. Vielen Dank. Und beginne jetzt wieder um diese rechte Beckenhälfte herum einen Kreis zu zeichnen. Und organisiere ihn wirklich aus deiner Mitte heraus. Achte darauf, dass die beiden Beine in ihrer jetzigen Konstellation dafür da sind, eine Asymmetrie im Becken zu erzeugen, aber nicht im Moment dir die Bewegung ermöglichen sollen. Also gib nicht Druck durch den linken Fuß oder durch die rechte Ferse, sondern mach die Bewegung aus deiner Mitte heraus. Und benutze die Unterleibsmuskulatur und spüre dabei, wie du um deine rechte Gesäßhälfte in die eine Richtung dich bewegst, in die andere Richtung bewegst. Und beobachte, ist das wirklich ein Kreis, den du dort zeichnest? Oder gibt es bestimmte Bereiche, wo du besonders leicht hinkommst? Andere Bereiche, die schwieriger sind? Und jetzt haben wir, lass das linke Bein wieder lang werden. Und mach einen Moment, Pause. Und wir haben jetzt gerade in verschiedenen Variationen, in verschiedenen Positionen, einen Kreis um die rechte Gesäßhälfte, um den rechten Sitz sogar, um die rechte Seite des Becks herum gezeichnet. Und in den nächsten paar Minuten würde ich dich einladen, in den eigenen inneren Forschungsprozess zu gehen. Und all diese Dinge, die wir jetzt gerade auf der rechten Seite haben, gemacht haben, entdeckt haben, auf die andere Seite zu übertragen. Du musst vielleicht nicht jede Bewegung exakt so ausführen, aber erinnere dich sensorisch daran, wie fühlt sich das an, über nur die eine Seite des Beckens, den Kreis zu zeichnen. Und dann in deiner eigenen Geschwindigkeit, mit den eigenen Ideen und eigenen Variationen, nimm dir ein paar Minuten Zeit, mit der gleichen Idee zu spielen, aber diese Bewegung auf die linke Gesäßhälfte zu übertragen. Und dabei zu entdecken und vielleicht auch mehr zu schätzen, dass wir nicht symmetrisch gebaut sind und das eine Seite vielleicht ein bisschen leichter in bestimmten Bewegungen anspricht, während die andere Seite vielleicht in anderen Bewegungen ein bisschen einfacher sich beteiligen kann. Egal was ihr macht, ich würde euch raten, mehr als nur eine Position auszuprobieren. Ich würde euch raten, mehr als nur eine Position auszuprobieren. Ein bisschen die Frage, wie kannst du dein eigener Lehrer werden, in dem du bestimmte Erfahrungen und andere Bereiche überträgst. Vielleicht auch eine Möglichkeit herauszufinden, welche Geschwindigkeit die dir angemessen ist. und das war mir compassiv, also dieser Weg die Jacque. Und das ist nicht der Lage, wir tauchen, Enderspray zu öffnen. Genau, und wann immer der richtige Zeitpunkt für euch ist, wo ihr das Gefühl habt, jetzt für den Moment habt ihr genügend Fragen gestellt, wissend, dass ihr jederzeit zurückkommen könnt, um diese Fragen noch ein bisschen weiter auszuführen, finde dann irgendwann wieder deinen Weg zurück auf deinen Rücken, dass die beiden Beine lang werden, sodass ich auch sehen kann, dass diesen Prozess für dich im Moment abgeschlossen ist. Und spür nach, wie fühlt sich das Becken jetzt in Kontakt mit dem Boden an, nachdem du diese zwei asymmetrischen Erkundungen gemacht hast, einmal über die eine Beckenhälfte, dann über die Andelbeckenhälfte. Und dann über die Beckenhälfte. Und dann über die Beckenhälfte. Geht? Vielen Dank. Vielen Dank. Richtung 12 Uhr dich bewegen, sich bewegen lässt nach unten, Richtung 6 Uhr nach oben in Richtung Kopf sich bewegen lässt. Und mach die Bewegung so klein und langsam und fein, dass du spürst, wie die beiden Seiten deines Selbst, die rechte und die linke, sich an dieser koordinierten Bewegung durch die Mitte beteiligen. Gibt es da einen Moment, wo du das Gefühl hast, dass entlang dieses Weges der Achse von 6 Uhr nach 12 Uhr und von 12 Uhr nach 6 Uhr irgendwas ist, was dich so leicht auf die schiefe Bahn bringen würde? Weil vielleicht an einer Seite eine gewohnheitsmäßige Kontraktion in der Unterleibsmuskulatur da ist, die auf der anderen Seite so nicht da ist. Und auf diese Art und Weise die Symmetrie der Bewegung des Beckens gar nicht mehr so leicht aufrecht zu erhalten ist. Dann komm zurück und finde die Mitte zwischen 6 Uhr und 12 Uhr, dort wo dein Becken sozusagen auf dem Ursprung der Zeiger des Zifferplatzes liegt. Und beginne von dort aus dann das Becken Richtung 9 Uhr und 3 Uhr und 3 Uhr und 9 Uhr zu rollen. Und auch hier spüre wieder, ist das eine gerade Linie, über die das Becken dort rollt? Oder gibt es aufgrund der gewohnheitsmäßigen Organisation in deinem Unterleib vielleicht die Tendenz, dass das Becken in die eine Richtung einen leicht anderen Weg einschlägt wie in die andere Richtung? Vielleicht ist eine Richtung einfach viel leichter auch zu finden als die andere. Vielleicht hast du das Gefühl, dass die Bewegung auf einer Seite viel größer sein könnte als auf der anderen. Vielen Dank. Und dann lass das sein. Mach einen kurzen Moment Pause. Und komm dann bitte auf deine Hände und Knie. Ich weiß, es ist spät. Ich weiß, der Weg ist weit. Und auf Händen und Knien angekommen. Stell dir wieder vor, dass dieses gleiche Zifferblatt in der gleichen Konstellation jetzt in Relation zu deinem Becken ist. Das würde jetzt bedeuten, dass dieses Zifferblatt irgendwie hinter dir auf deinem Becken liegt, oder? Richtung Zimmerdecke. Die 12 ist irgendwie nach unten zwischen den Beinen, die 6 liegt irgendwo in Richtung deines unteren Rückens. Und beginn dann das Becken hier Richtung 6 Uhr und 12 Uhr zu rollen. Und spür nach, es ist diese Rollbewegung immer noch zu finden, auch wenn du jetzt nicht diese Rückmeldung des Rollens über dem Boden hast. Nach wie vor hast du dieses gleiche Zifferblatt hinter dir und finde dann wieder deinen Ausgangspunkt und von dort lass dein Becken Richtung 3 Uhr und 9 Uhr rollen. Vielen Dank. Super. Okay. Kommt zurück auf euren Rücken. Kommt zurück auf euren Rücken. Genau. Und als letzte Variation für heute würde ich sagen, stellt entweder beide Beine auf oder bringt beide Fußsohlen zueinander. Eigentlich würde ich euch am Anfang eher raten, für diejenigen, für die es leicht möglich ist, bringt die Fußsohlen zueinander. Wenn ihr aber da nicht so leicht tut, dann habt ihr die Beine aufgestellt. Und dann stellt euch vor, jetzt liegt ihr tatsächlich in der Mitte dieser liegenden Acht. Ihr habt praktisch zwei Kreise. Ein Kreis ist unter der rechten Seite eures Gesäßes. Der andere Kreis ist unter der linken Seite eures Gesäßes. Und ihr wandert entlang dieser liegenden Acht oder dieses Unendlich-Zeichen. Das ist ja das Symbol der Feldenkreis-Methode international. Genau. Aber ihr wandert entlang dieser liegenden Acht mit eurem Becken und findet in der Mitte, überkreuzt ihr sozusagen diese Linien. Und ihr macht so eine schlangenförmige Bewegung um diese beiden Kreise herum. Und dann wechselt in die andere Richtung. Ein bisschen schwierig von Uhrzeiger und Gegenuhrzeiger zu sprechen, aber in die andere Richtung. Und beobachtet kann das zu einer einfachen, fließenden Bewegung werden. Und dann diejenigen von euch, die die beiden Fußsohlen zueinander hatten, stellt zumindest probeweise, testweise mal beide Füße auf. Und macht weiter mit dieser Bewegung. Und dann lass die Beine nochmal lang werden für einen Moment. Spür nochmal nach, wie du dich jetzt am Boden erlebst. Und dann finde deinen Weg und roll dich über eine Seite hoch und stehen. Spür nochmal nach, wie du dich jetzt am Boden erlebst.